also ja die krypten die versprechen wieder spaß das problem ist hier auf dem offenen terrain bin ich freies ziel für die viecher und 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 Also ja, wer auch immer diese beknackte Idee hatte mit den Gegnern, die einfach einfach wegrennen und so viel schneller sind als man selber, dass man sie nicht einholen kann. Und man sie dann auch noch so schlecht trifft. Ja, das ist halt so wirklich das Kreuz, was man mit Diablo 1 hatte. Und ja, seht euch das an, es sind immer so viele. Das ist halt so, Ja, so weiter geht es, ziehe ich mich zurück und komme erst vor der letzten Ebene von, äh, von, ja, äh, vom Hauptdungeon wieder. Hier irgendjemand zuhause? Nicht wirklich. Also, ne, das ist mir jetzt echt zu anstrengend. Bei aller Liebe, das ist furchtbar. Nicht wirklich. Wow, was kann ich für dich tun? Das Amulett kann weg, das Schild kann weg, der kann weg. So, alles mal reparieren. Du hast neue Dexterity. Ja, die Dexterity ist, die nehme ich gerne von dir. So, wie viel gehört ist denn das jetzt? Das müsste genug sein. Was ails du, mein Freund? Was ails du, mein Freund? Was ails du, mein Freund? Ah, perfekt abgeschätzt. So, gucken, ob du noch einen hast. Nicht so wirklich. Ähm... Ich sens' a soul in search of answers. Nicht so wirklich. Ähm... Das heißt, ich kann hier das Kräut wieder absetzen. Können wir speichern und können mal in die Hölle runter. Sieht schon sehr einladend aus hier. Genau, es gibt nichts Angenehmeres als euch. Gerade für mich. Okay, wenn ihr zu viele seid, dann ist das nicht gut. Was zur Hölle? Warum treffe ich die jetzt nicht mehr? Dankeschön. Oh, der gehört jetzt zufällig zu dem Miniboss. Oh, der gehört jetzt zufällig zu dem Miniboss. So. So. Der Miniboss ist eigentlich relativ gut, den ich habe. Die Sets sind auch relativ gut. 101% Hit-Chance. 100% Abok-Class. Ja. Vielleicht die nächsten fünf Punkte in Leben und dann weiter in Stärke. Okay. Oh ne, wir haben schon wieder den hier. Schade. Schade. Also ja, da ist der Weg runter. Das war der falsche Zauber. Also ja, werden wir diesem Playfoo Lachdanan auch nicht begegnen. Schade. 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 Ja. Schade. Oh, Fullplate-Mehl. Braucht 90 Stärke. Ja, wir müssen dringend in Stärkepumpen. So, da liegt noch eine Mana-Potion rum. Sicherheits-Aberman-Safe-Gay. Safe-Machen. Splint-Mehl. Ja, Fastest Hit-Recovery. Okay, warum auch immer die mehr Hit-Points macht als die. Äh, mehr Armor-Points macht. Hm. Vielleicht gerade, weil wir Mönch sind. Die Plate-Mehl. Ja, wie viel... Was ist mit dir? Du machst auch die Arme runter. So würden wir aber besser aussehen. Das würde sogar unseren Stab besser aussehen. Wie viel Schrankzeug? Na, die behalte ich mal. Composite-Bow, okay. Äh, dann doch das da raus. Der Bogen, der bringt nicht so viel. So, umziehen lassen dürfen wir jetzt nicht. Ich sage es gerade noch, dass wir uns nicht umziehen lassen dürfen. Ja, da ist der Steel Tome, die, den Dinger, ähm... Die Quest zu mir gott. Wow. War's das schon? Ich könnte das den ganzen Tag machen. Stuff of Holy Bowl. Na, nicht wirklich. Six Gold Pieces, yay. Okay. Da drüben waren wir noch nicht drin und hier oben sind wir noch nicht ganz fertig geworden, hä? Sprint-Mehl. Hm. Hm. So, die Spendmail einsack. Safen. Gucken, was macht der Cauldron. Portet uns fünf Zentimeter weit weg. Auch gut. Boah, Helmer. Hm, nein. Okay. Identifiziere das mal alles für uns. Was ist mit der Rüstung? Nicht wirklich gut. Bringt uns wahrscheinlich auch nicht mal wirklich was. Wow, was kann ich für dich tun? Du hast auch immer noch nichts Neues, Besonderes. Ne, da ist unserer ja noch fast besser. Wow, was kann ich für dich tun? Also da Staff of Speed macht acht bis sechzehn. Unsere macht schon acht bis siebzehn. Ja. Wow, was kann ich für dich tun? Hat aber auch nur Fast Attack. Gut, die Mail kann weg, Mail kann weg, das kann weg, das kann weg. Wow! Woh-